Herzlich Willkommen zum EU-Wahl-Special heute. Brüssel ist der bequemste Prügelknabe, den man sich vorstellen kann. Politik ist ein Machtspiel. Weil mir das nicht gefällt, wie wir hier über die Europapolitiker sprechen. Machen Sie als Industrievertreter, als Wirtschaftsvertreter auch eher Politik gegen Brüssel, um die nationalen Interessen Ihres Verbandes durchzusetzen oder machen Sie es mit Brüssel und einem entsprechenden politischen Gedanken? Aber ich glaube, wir machen so langsam den Fehler, wirklich Europa nur auf Wirtschaft zu reduzieren. Wie kann sich Europa in einer völlig veränderten, globalisierten Welt sich behaupten? Alla long. Dass wir eigentlich das Erklären Europas entweder nie angefangen oder den Falschen überlassen haben und zugelassen haben, dass auf der anderen Seite in der politischen Klasse einfach ein Volkssport geworden ist. Alles, was in unserer Republik gut läuft, der weisen Politik in Berlin zuzuschreiben und diesen unglaublich fähigen Politikern dort, während alles, was schief geht in Hamburg, in Barenfeld, in Nordrhein-Westfalen, in Europa, das alles ist Brüssel schuld. Ich glaube, wir müssen den Mut haben, diese Vision, die unsere politischen Väter und Großväter schon vor 20 Jahren noch gehabt haben, auch wieder zu reaktivieren, auch wenn wir wissen, dass wir kurzfristig nicht die Vereinigten Staaten von Europa bekommen wollen. Ist das das Prinzip, in dem wir auch in einem Europa von 28 noch eine überzeugende Politik machen können oder ging das nur vorher mit dem Europa der 10, 11, 12, 17? Ich fürchte, so denken Politiker. Erstens mal, wir müssen uns wirklich dessen bewusst werden, was wir hier haben. Und die Leichtfertigkeit, mit der über Europa geredet wird und über Dinge aufs Spiel gesetzt werden, die wir in der Hand haben, die finde ich also ziemlich unverantwortlich. Warum verkauft sich Europa so schlecht? Wir haben eine, wie ich finde, eigentlich ganz vernünftige Regelung. Das Europäische Parlament muss letztlich werden. Und es war verdammt mutig, finde ich, diese Politik, die nicht ohne Risiken ist, hinzustehen und zu sagen, und wir machen das. Wir sind in einer Situation in Europa, in der wir Mühe haben und alle Anstrengungen aufbieten müssen, das Erreichte zu bewahren und zu festigen. Aber Leute, es geht hier weiß Gott um mehr. Und das, was gegenwärtig in der Ukraine und in Russland stattfindet, das macht uns jetzt zum ersten Mal wieder bewusst nach vielen Jahren, dass das ehemaliges nicht selbstverständlich ist, was Europa auch sicherheitspolitisch und außenpolitisch geleistet hat. Dass wir endlich erkennen, dass wir eine wirkliche gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik brauchen. Wir schließen die Verteidigung hier ein. Das Niveau hier ist sehr hoch, die Gäste sind sehr kompetent und sie nehmen auch die Zuschauer mit. Das ist wirklich klassische politische Bildung, was hier gemacht wird, und zwar auf einem sehr hohen Niveau. Es hat mir sehr gut gefallen, insbesondere als er heuer nochmal deutlich machte, welche Bedeutung Europa für uns hat. Also mir hat das sehr viel gegeben und es gibt mir nochmal auch andere Gedankengänge hinsichtlich Europa und auch hinsichtlich der Zukunft Europas. Und das bekommt man nicht so alle Tage. Es war kein klassischer Politik-Talk, sondern ein offener Austausch. Wir haben miteinander Tacheles geredet, wie man auf gut jiddisch sagt. Nämlich wir haben offen miteinander geredet, wo wirklich der Schuh drückt und was zu geschehen hat. Wo Schwächen sind, wo Dinge sind, die verbessert werden müssen, aber wo man sich auch wehren muss. In aller Offenheit. Dies war kein klassischer Polit-Talk. Er hat mir sehr gut gefallen. Nicht nur, weil ich die Möglichkeit hatte, auch meine Meinung zu sagen und ausreden zu können, was bei manchen Talkshows zum Beispiel nicht immer selbstverständlich ist, sondern vor allen Dingen, weil der Talk dem Anspruch gerecht geworden ist, mehr verstehen und Meinung bilden. Er hat sich immer gest die Erste sind, dass er und armor hin wird. Der kann auch nämnd ge investigate werden. Nachdenkep Beckrey.